Weiß ich nicht. Dr. Marc Benecke ist einfach mein Spirit Animal. Ich find den so toll. Ich find den so unglaublich toll. Ist einer von... Dieser Mann ist in der Top 5 der Menschen, mit denen ich mal sprechen möchte. Und zwar einfach nur privat. Einfach nur, weil ich mich an das, was er sagt, an die Lippen dranhängen möchte und mir das auf T-Shirts drucken. Der hat eine so, keine Ahnung, gottgegebene Weisheit in allem, was er sagt. Der hat so eine Selbstverständlichkeit, mit Wissenschaft umzugehen. Und das find ich einfach... Ich find den Mann einfach beeindruckend. Der ist einfach... Der ist für mich einfach... Das ist ein beeindruckender Geist. Wenn es jemanden gibt, den ich A Beautiful Mind nennen würde, dann ist das Dr. Marc Benecke. Ich würde ganz gerne mit Dr. Marc Beneckes Verstand Geschlechtsverkehr haben. Ich find ihn so schlau, dass es mich einfach beeindruckt. Einfach auf allen Ecken beeindruckt. Das ist unglaublich. Er hat ein neues Video rausgehauen, heute am 21.09. Menschen und Tiere, wo ist der Unterschied? Das ist... Alles, was dieser Mann sagt, ist beeindruckend für mich auf vielen Leveln. Und ich glaube, das wird mich auch einfach wieder... Das wird einfach... Der ist so selbstverständlich. Biologin würde sagen, du kannst nie wissen, welches Lebewesen auch sozusagen wichtig ist, um das Leben als gesamtes aufrecht zu erhalten. Also es geht nicht um Menschen. Nie. Es ist noch nie um Menschen gegangen. Also wer das glaubt, der hat halt... Der ist verrückt. Das sind Verrückte, die das glauben. Speziesismus bedeutet, dass du ein größenwahnsinniges Baby bist. Ich find die Idee davon sehr gut, weil das eine Möglichkeit gibt, in Gespräche einzutreten und zu sagen, du, das ist ja so eine Art, weiß ich nicht, stell dir mal Rassismus vor. Du stell dir mal irgendwas vor und jetzt übertrag das halt mal auf Tiere. Der Speziesismus wäre dann zu sagen, okay, guck mal, warum isst du denn jetzt, weiß ich nicht, ein Schwein, Schweinefleisch oder Rinderfleisch, aber halt kein Katzenfleisch? Oder warum machst du einen Unterschied, wenn die Leute schon was weiter sind, warum machst du einen Unterschied zwischen Menschen und Schweinen zum Beispiel? Der Körperaufbau von Tieren ist in Wirklichkeit ein Beweis dafür, dass alle Lebewesen zusammengehören und sich auseinander entwickelt haben. Du siehst es eigentlich auch schon am Skelett von Lebewesen. Das sieht eigentlich auch jeder. Ich mein, der Vogelflügel hat halt genau exakt dieselben Bestandteile wie ein Arm, nur ein bisschen länger, ein bisschen kürzer irgendwie. Da gibt es überhaupt keine Unterschiede. Menschen sind in nichts, in überhaupt gar nichts, außer dass sie hypersozial sind, das gibt es aber auch bei anderen Lebewesen, sind sie anders. Also sie halten halt super viel zusammen, sieht man, wenn eine Katastrophe ist, spenden viele Leute, helfen viele Leute. Aber es ist keineswegs so, dass das andere Lebewesen nicht auch gut könnten. Das ist also ein biologischer Beweis dafür, dass alle Lebewesen zusammengehören und aus demselben Zeugs bestehen. Ich habe einen schönen Film neulich gesehen, so ein kleines Experiment, da wurden so Hühnerzüchterinnen und Hühnerzüchter, relativ jung die beiden, so ein paar, lassen dann halt ganz viele von ihren Hühnern frei. Und du siehst richtig, wie die beiden da stehen und das erste Mal sehen, wie die Tiere halt nicht in die Maschinerie, in die Ausbeutung, in die Verwertung kommen. Aber du merkst richtig, wenn Menschen dir das das erste Mal sehen, das dauert eine halbe Minute, bis das Gehirn rafft, dass das halt ganz normale Persönlichkeiten sind, mit ganz normalen Eigenschaften. Und die wir auch lesen können, dann laufen die unten durch so eine kleine, breite Klappe und dann sagt er so, ja, das ist das eine Tier, das habe ich mir schon gedacht, dass das jetzt nicht so schnell rausläuft. Das ist ja so ein bisschen schüchtern und ja, der andere, der war ja immer schon so ein kleiner Draufgänger. Also Menschen können das einfach verdrängen, auch für sich selbst. Und für sich andere, für ihren Teller, wo das Schnitzel draufliegt, Menschen können alles verdrängen. Und dagegen kannst du nur sehr schwer angehen. Chat, Meinung zu Antispezismus. Ich habe bisher mit dem Zusammenhang immer schnell Holocaust-Relativierung gehört, aber auch selbst nicht viel mit beschäftigt. Hat was mit der Wertschätzung von Lebewesen zu tun? Der Holocaust ist eine nie vorher dagewesene und nie, nie nochmal, hoffentlich nie nochmal passierende Grausamkeit in der Menschheitsgeschichte. Beim Holocaust ging es darum, systematisch, industriell Menschen zu vernichten und das mit einer ekelhaften Effizienz und zwar aus niedrigen Gründen. Die Beweggründe waren niedrig. Das war geplanter Fließbandmord, der mit Jüdin und Andersdenkenden und ganz vielen anderen Menschen bedauerlicherweise passiert ist. Ich halte es für widerlich, den Holocaust als solches mit irgendetwas anderem gleichzusetzen, weil eine Gleichsetzung gleichzeitig eine Verharmlosung ist. Ich kann auch den Holocaust nicht mit Gulags gleichsetzen. Das geht auch nicht. Das, was in Stalins Gulags passiert ist, war ebenso menschenverachtend. Das waren die Vernichtungslager der politischen Feinde der Sowjetunion. Das war widerlich und ekelhaft, aber auch seine ganz eigene, spezielle, menschenunwürdige Art und Weise. Und ich glaube, man muss solche Massenvernichtungen, solche Genozide immer als Einzelnes sehen, ohne sie miteinander zu vergleichen. Es ist kein Vergleich. Egal, wie viele Menschen daran gestorben sind, egal, wie grausam das passiert ist, es ist immer alleinstehend und sollte nicht verglichen werden. Der Holocaust war nicht schlimmer, schrecklicher, besser oder vergleichbar mit dem, was Stalin in den Gulags gemacht hat. Der Genozid im Kosovo war nicht schlimmer, schrecklicher, grausamer, leichter, milder, als der in vielen, vielen Vernichtungslagern in Deutschland und Umgebung passiert ist. Das ist nicht miteinander vergleichbar, sondern alles alleinstehend grausam. Alleinstehend grausam. Und deswegen kann man maximal die Vorgehensart miteinander vergleichen. Man kann die Vorgehensart in solchen geplanten Vernichtungen miteinander vergleichen und Ähnlichkeiten feststellen, um etwas zu veranschaulichen, um es zu verdeutlichen. Deshalb ist die Bezeichnung Shoah passender. Die Bezeichnung Shoah konzentriert sich auf das Leid der JüdIn. Und ich halte den Begriff Shoah für sehr passend, wenn man über das Leiden von JüdIn spricht. Wenn du allerdings über die industrielle, systematische Vernichtung der Feinde des Nationalsozialismus sprichst, dann musst du vom Holocaust sprechen. Weil der Holocaust alle mit einbezieht, die dort bedauerlicherweise ihr Leben lassen mussten, ihre Familie verloren haben oder allgemein gelitten haben. Kann man Massentierhaltung, den Konsum von tierischen Lebensmitteln, insbesondere von Fleisch, mit dem Holocaust vergleichen, gleichsetzen? Nein. Das heißt aber nicht, dass Massentierhaltung besser, schlechter, leichter, blümmer oder sonst irgendwas ist. Sondern Genozide oder Massenmorde sind alleinstehend schlimm und sollten auch alleinstehend schlimm bleiben, ohne sie mit etwas anderem vergleichen zu müssen. Das ist grausam. Das ist grausam und das ist grausam. Und ob das grausamer ist als das andere, spielt keine Rolle. Das ist einfach grausam und das ist grausam und das ist grausam und das ist grausam. Ich habe für mich die Massentierhaltung als eine Art Holocaust für Tiere immer verglichen. Das ist die Bezeichnung Holocaust solltest du nicht verwenden. So Massentierhaltung ist die Bezeichnung, die wir dafür haben. Wir Menschen verbinden mit dem Terminus Holocaust die systematische Vernichtung von Menschen, die als Feinde des Nationalsozialismus gesehen worden sind. Und das ist der Holocaust. Ist ein Massener Nazi? Und es gibt keinen Holocaust für Tiere. Es gibt keinen Holocaust in Russland. Es gibt keinen Holocaust im Kosovo. Es gibt keinen Holocaust in China. Der Holocaust ist eindeutig zuortbar. Und der ist alleinstehend grausam. Er ist nicht grausamer als andere. Der ist nicht harmloser als andere. Sondern er ist alleinstehend grausam. Und sollte alleinstehend als grausam bezeichnet werden. Das ist der Holocaust. Das, was wir mit Tieren machen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Das heißt nicht, dass das besser ist. Das heißt nicht, dass das schlechter ist. Das ist absolut nicht wertend. Sondern es ist so grausam alleinstehend. Das ist, glaube ich, für mich sehr wichtig. Also wir versuchen es über nette Botschaften. Ich poste tausende von Bildern von meistens Insekten. Weil das für mich jetzt am interessantesten sind. Aber auch Spinnen viele. Hat zum Beispiel auch super funktioniert. Die Leute, die das halt absolut nicht sehen wollen. Die deabonnieren das dann. Und alle anderen fuchsen sich jetzt auch so ein bisschen in die Spinnen rein. Der Holocaust ist schon mit das Heftigste, was je passiert ist. Ich glaube, du solltest wegkommen von dem Denken, dass etwas das Heftigste sein muss, um Wert zu haben. Wir Menschen müssen aufhören, Dinge miteinander zu vergleichen, um eine Wertigkeit zuzuordnen. Wertigkeiten sind bei solchen Völkermorden absolut unnötig. Wir müssen nicht werten. Wir müssen nicht herausstellen, dass es das Grausamste ist aller Zeiten. Es ist so grausam. Die Fakten, die Realität ist grausam genug. Das muss nicht verglichen werden. Und das Einzige, was du damit bewirkst, ist, dass andere Menschen in diesen Vergleichswahn reinkommen. Und es ist auch immer eine Perspektivfrage. Meine Familie zum Beispiel hat eher vom Holocaust profitiert, als dass sie darunter gelitten haben. Mein Uropa war beteiligt und wir haben keine jüdischen Vorfahren, die in irgendeiner Form gelitten haben unter dem, was damals passiert ist. Das geht sehr vielen anderen Familien und Menschen bedauerlicherweise anders. Wenn ich mir jetzt allerdings hinstelle und sage, der Holocaust war sehr viel schlimmer als das, was in der Sowjetunion passiert ist, dann hast du Familien, denen du das sagst, oder Menschen, denen du das sagst, die direkt betroffen worden sind von Stalins Grausamkeiten. Das hat Lenin gemacht. Neun Millionen Menschen sind gestorben. ArbeiterInnen wurden erschossen. Leute, die sich dagegen gestellt haben, wurden erschossen. Und wenn du dann sagst, ja gut, das war jetzt schon schlimm, aber der Holocaust war schlimmer, dann relativierst du Leid. Und ich glaube, dass Leid immer individuell ist und niemals relativiert werden sollte. Denn Leid ist grausam. Und zwar nicht miteinander vergleichbar grausam, sondern einfach grausam. Einfach alleinstehend grausam. Und deswegen sind Vergleiche und Superlative absolut unnötig, wenn du über Völkermorde sprichst. Wenn du die Menschen einmal da hast und sie dann auch anfangen, ein Häuptpferd zu retten oder eine Motte zu retten oder sehr, sehr häufig durstende Hummeln oder Wildbienen generell. Ich kann das immer, warum man Leid nicht miteinander vergleichen sollte, habe ich immer ganz schöne Anekdote für euch in eurem eigenen Leben, wo ihr das vielleicht so ein bisschen greifbarer für euch gestalten könnt. Wenn ihr euch zurückerinnert, als ihr euer erste Partnerin hattet, Freund, Freundin, ihr könnt euch bestimmt nochmal zurückerinnern, wie das damals war mit 13, 14, 15, 16, 17. Das ist eine sehr, sehr schöne Zeit. Die erste Freundin zu haben ist eine sehr, sehr schöne Zeit. Aber wenn es dann vorbei ist, dann ist es in dem Moment das Schlimmste, das du dir vorstellen kannst. Es ist so unglaublich verletzend auf so vielen Ebenen, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass ein Mensch schlimmer leiden könnte als du in dem Moment. Und jetzt ist man ein paar Jahre älter und macht sich darüber Gedanken und stellt fest, dass es im großen Ganzen eigentlich keine Rolle spielt. Im großen Ganzen ist das die erste Liebe und die kommt und die geht. Das wissen wir. Und wenn dann aber so ein 13, 14-jähriger Bengel zu dir kommt und in dem Moment dich mit seinem Leid konfrontiert, dann bist du gewillt, ihm zu sagen, ey, mach dir keine Gedanken, das ist gar nicht so schlimm, es kommt noch sehr viel Schlimmeres. Aber der Typ in dem Moment, der leidet gerade. Leid ist eine sehr, sehr subjektive Perspektivfrage. Und etwas, das für dich unglaublich schlimm ist, ist für andere Menschen gar nichts. Mach dir darüber Gedanken, dass du deine Wohnung nicht bezahlen kannst. Du kannst die Miete nicht bezahlen. Drei Monate im Rückstand und du wirst auf die Straße geworfen. Sehr, sehr schlimm. Sehr, sehr schlimme Situation. Du stehst kurz vor der Obdachlosigkeit. Erzähl das jemandem in Afghanistan. Leid ist keine Sportart. Es geht nicht darum, durch Leiden ein Tor zu schießen und am Ende 2-0 zu gewinnen. Leid ist persönlich. Leid ist subjektiv. Und Leid ist immer schlimm. Egal wer, wo, was, wie erlebt und leidet, es ist schlimm. Und das darf man nicht miteinander vergleichen. Denn wenn du es vergleichst und wertest, dann relativierst du. Und damit verletzt du Menschen. Dann sollte das nicht tun. Mit Zuckerwasser oder sowas zu füttern. Dann ist der erste Schritt getan. Ich möchte euch übrigens noch an den Worten von Dr. Marc Benecke, ich möchte euch die Worte von Dr. Marc Benecke auf den Weg geben, als er mal erzählt hat, wann er Veganer geworden ist und er hat gesagt, er hatte als erst, also Dr. Marc Benecke ist Kriminalbiologe, er ist, er arbeitet mit Leichen und er arbeitet mit, mit, mit den Behörden, den Strafverfolgungsbehörden zusammen. Und er wurde zu einem Tatort gebeten, wo ein frisch zerstückelter Mensch gelegen hat. Und in dem Moment hat er diesen frisch zerstückelten Menschen gesehen und er hat gerochen, dass es riecht wie beim Metzger. Und dann hat er sich das Muskelfleisch angeschaut und hat gesagt, ja und da war es dann für ihn vorbei.